Ja, jetzt geht es um Neid. Neid findet ja ganz ein furchtbares Phänomen in unserer Gesellschaft. Und ja, da habe ich auch ein kleines Lieder darüber geschrieben. Jetzt ist es ja so, dass ich zufällig weiß, dass mein Chef heute unter uns da sitzt. Das muss ich jetzt sagen, weil ich werde es jetzt gleich hören. Was reint sich schon auf Gaudi? Es kommt jetzt raus. Hey, schaut's mir her wie der Nachbar, oh, gib mit seinem neuen Audi. Die Bank mit den Zinsen, offentiert sich auch diesen Gaudi. Am Ende vom Monat, da steht er dann wieder da. Jetzt nicht mein Chef, gell. Der Kühlschrank ist leer und auf dem Konto dann redet das Licht allein. Und irgendwo denkt jetzt wieder irgendwer. Bei mir muss jetzt ein neues Auto her. Leid, ich sag's euch, Neid, das ist keine Lösung. Aber leider geht der unter uns ganz besser. Ich hab mir überlegt, was könnte man die dagegen bloß machen. Ich sag's euch, Leid, seid fremd mit dem, was habt. Dann könnt's über die Neider alle lang. Hey, schaut's noch, wie ein neues Kind, die glänzt und blinkt. Aber keiner kriegt das mit, wenn's hinterher im Leihhaus liegt. Und irgendwo denkt jetzt wieder irgendwer. Bei mir muss jetzt auch unbedingt da ein neues Handy her. Leid, ich sag's euch, nein, das ist gut, aber leider geht er unter uns ganz besser. Ich hab mir überlegt, was könnte man denn dagegen bloß machen. Ich hab' euch seit Frieden mit dem, was hat und lass' die anderen die Schulden machen.